Kulmbacher Edelherb, denn Edelherb verbindet. Willkommen zurück, liebe Klubfreunde, auf CFTV. Heute mit einer speziellen Ausgabe, da freue ich mich ganz besonders drum, natürlich reden wir über den 1. FC Nürnberg, über das 2 zu 2 gegen Bielefeld, aber wir wollen heute auch mal so ein bisschen über die 2. Fußball-Bundesliga sprechen und da habe ich einen ganz, ganz großen Experten und lieben Freunde, Michi Kölner, Ex-Klubtrainer und Ex-Trainer von 1860 München, heute hier live zugeschaltet. Servus, Michi. Servus, Pico. Und natürlich unser CF-Experten, wie jede Woche, fast jede Woche, letzte Woche hat er sich eine Auszeit genommen, aber heute muss er wieder dabei sein, unser Martin Triller. Martin, servus. Servus, Pico. Servus, Micha. Servus. Der Klub-Talk eben repräsentiert von unserem Partner Kulmbacher und ich würde sagen, wir steigen gleich mal ein ins Geschehen des 1. FC Nürnberg in der 2. Fußball-Bundesliga. Wie gesagt, ein 2 zu 2 gegen Bielefeld. Der Klub ja in der ersten Halbzeit wieder ein ganz anderes Gesicht gezeigt. Man hat schon wieder gedacht, da gibt es einer auf die Nase. 2 zu 0 relativ schnell. Und ja, die zweite Halbzeit, da kommen wir gleich noch drauf. Martin, du hast den Klub verfolgt in Bielefeld, beziehungsweise bei Sky, aber den Klub in Bielefeld hier angeschaut. Wie hast du den 1. FC Nürnberg gesehen über 90 Minuten? Ja, ich muss sagen, ich bin immer noch entsetzt, dass man nach dem Spiel so ein 2 zu 2 feiert. Wir haben gegen den Viertletzten der 2. Liga gespielt und feiern ein glückliches Unentschieden in der 97. Minute durch einen glücklichen Elfmeter. Ich weiß nicht, ob der Verein nicht lange wirklich die Realität verliert. Denn wenn man Mannschaften sieht, mit denen man sich eigentlich vergleichen wollte, Heidenheim, Darmstadt, Düsseldorf, St. Pauli, wie die im Moment die Liga hin und her spielen, da muss ich wirklich sagen, ich glaube, Nürnberg hat wirklich die Relation zum Fußball verloren. Aber ist es nicht so, Martin, dass man jetzt seitdem Dieter Hecking das Traineramt beim 1. FC Nürnberg übernommen hat, zumindest eine Verbesserung sieht, einen besseren Fußball sieht? Ich will jetzt ja nicht sagen, dass man einen guten Fußball sieht, aber im Vergleich zu dem, was vor allem auch unter Markus Weinzierl, ohne ihm dazu nahe treten zu wollen, abgeliefert wurde. Die Mannschaft zeigt doch ein anderes Gesicht. Und gerade wenn man jetzt über die zweite Halbzeit oder auf die zweite Halbzeit schaut, dieses nach einem 2-0-Rückstand da zurückzukommen, also das wäre unter Weinzierl, ich kann mich nicht erinnern, wahrscheinlich nicht passiert. Also ich finde, das ist ja das Mindeste, dass man auf einen 0-2 zur Halbzeit eine Reaktion zeigen kann. Ich habe 2023 noch nicht ein gutes Spiel vom Klub gesehen, dass den Ansprüchen, die der Klub selber hat, irgendwie gerecht werden kann. Michi, du verfolgst den 1. FC Nürnberg nach wie vor. Du trägst den Klub im Herzen, das wissen wir alle. Und demzufolge, pflichtest du da dem Martin bei, oder wie siehst du es? Ja, natürlich. Also wenn man die Tabellensituation anschaut, glaube ich, ist es nach wie vor noch ziemlich viel Druck im ganzen Kessel drinnen. Dass die, glaube ich, jetzt sind jetzt irgendwie ausruhen, dass man jetzt, ich glaube, man hat immer zu Hause ein sehr, sehr schlechtes Braunschweig geschlagen. Das muss man auch sagen, wir waren sehr, sehr teilnungslos fast schon im Spiel. Du fährst so nach Bülfeld, die ja den zweiten Trainer oder den dritten Trainer in der Saison haben, da weiß man auch, dass dann bei denen ja alles richtig schlecht läuft eigentlich. Und dann könntest du denen dann auch spielen, 2-2. Das ist auf der einen Seite, glaube ich, für die Psyche ist der Mannschaft nicht so schlecht, dass du sagst, du kommst nachher nur 2 auf der halben Nummer zurück, weil ich glaube, das ist schon ein schwieriger Stadion. Auf der anderen Seite, aber muss man trotzdem so die, was Martin auch gesagt hat, die Realität erkennen. Bülfeld spielt als Absteiger aus der Bundesliga, muss man wohlgemerkt sagen, eine miserable Saison. Und du kommst da mit einem blauen Auge weg, dass du 2-2 spielst. Ich glaube, das muss man schon, ich glaube, hat der Klub trotzdem die Verantwortung, ich glaube, wir werden das schon auf dem Schirm haben. Und am Ende wird es jetzt schon darum gehen, die Länderspielpause gut zu nutzen, weil dann kommen nochmal einige knackige Spiele nochmal auf dich zu. Und dann wird sich, glaube ich, dann so drei, vier Wochen nach der Länderspielpause dann konkret zeigen, wer hat es geschafft. Neben St. Pauli, die aus dem Winter furios rausgekommen sind, die waren Vorletzter, glaube ich, wenn ich mich richtig entziehen in der Winterpause, die jetzt auf Platz 5 stehen. Karlsruhe war lange im Abschießkampf, hat sich rausgekämpft. Fürth ist so fast komplett raus jetzt aus dem Abschießkampf und jetzt geht es darum, wer ist die nächste Mannschaft? Ist es der Klub? Ist es vielleicht Magdeburg? Ist es vielleicht Regensburg? Die am Ende die Abstiegszone verlassen und das wird am Ende eine spannende Frage sein und natürlich auch, wer kommt am Schluss noch unten mit rein? Und Hannover bewirbt sich momentan sehr eindrucksvoll darum, dass die am Ende wieder in das intere Drittel unbedingt mit rein wollen. Und das Konzert, das da hinten momentan sich die Abstiegsplätze besetzen, dass die sich darum bemühen, dass sie auch dabei sind. Die Ergebnisse unter Markus Weinzierl, das haben wir mitbekommen, die waren alles andere als das, was wir erwartet haben. Und auch davor die Entlassung von Robert Klaus. Also es ist ja eine Mannschaft beim 1. FC Nürnberg in den letzten Wochen und Monaten aufgetreten. Ich sehe das einfach so aus Fansicht und deswegen frage ich jetzt die Profis. Ich sehe schon eine Veränderung, muss ich ganz ehrlich sagen, vom Auftreten her der Mannschaft, vor allem sehe ich so wieder ein bisschen eine Mannschaft, die auf dem Platz steht. Da haben wir uns auch in den letzten Wochen jetzt auch mit Chris Bichele und mit Martin ja sehr, sehr oft drüber unterhalten und ich liege da mit meiner Meinung natürlich immer daneben, aber ich maße mir das jetzt auch nicht an, da der Experte zu sein. Deswegen frage ich euch ja auch und lade euch in die Sendung ein, um eben eine Expertenmeinung zu bekommen. Chris und Martin sind der Meinung, der Klub hat mit dem Abstieg auf jeden Fall nichts zu tun. Was hießt ihr, den Klub eigentlich ernsthaft gefährdet, tatsächlich in der zweiten Liga vielleicht sogar noch unten im Abstiegskampf da richtig reinzukommen? Gefährder bist du immer noch. Also ich glaube, das wäre jetzt fatal, wenn du hergehst und sagst, jetzt haben wir ein paar Spiele gewonnen oder zumindest die Heimspiele gewonnen. Außer es gab es ja nach wie vor in Hamburg nichts zu holen, in Bielefeld jetzt einen glücklichen Punkt am Schluss. Ich glaube schon, werden die nächsten paar Wochen einfach dann für den Klub entscheidend sein, wo die Reise hingeht am Ende. Willst du dann dich in der Tabelle noch ein paar Plätze nach vorne arbeiten, was sicherlich jetzt für die Fernsehgalltabelle natürlich ganz wichtig wäre, dass du dann an ein paar Plätze nach oben kommst, weil da macht jeder Platz noch trotzdem sehr viel Kohle aus. Und ich glaube, das ist schon für die Verantwortlichen ein Anspruch, für die Mannschaft, glaube ich, eher weniger. Dafür muss ich jetzt da nicht so richtig mitgenommen, glaube ich, als Spieler, ob man jetzt dann 8., 10. oder 12. ist, da ist die Saison am Ende gelaufen. Auf der anderen Seite sprechen dann einfach die Fakten und die klare Sprache. Du hast den zweitoresten Kader in der Liga, du hast zehn Stürmer im Kader, du hast auf der anderen Seite nur ein Spiel mit über zwei Tore erzielt. Also Fürth war die einzige Mannschaft neben dem Klub, die noch nie drei Tore geschossen hat. Das haben sie jetzt zu Hause gegen Magdeburg geschafft. Also da sprechen schon ein paar Fakten dagegen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, in den Spielen jetzt, so jetzt gegen Braunschweig, gegen direkte Konkurrenten, hat der Klub jetzt praktisch unter Hecking gewonnen, gepunktet. Aber am Ende geht es trotzdem darum, jetzt Stabilität reinzubekommen, auch in den Ergebnissen. Und da wird es sich zeigen, also am Ende, weil die Situation natürlich nach dem Trainerwechsel von Markus Weinzierl und Dieter Hecking ist für die Mannschaft auch etwas Besonderes. Der Sportvorstand ist zugleich Trainer. Das löst in den ersten Moment, glaube ich, eine unheimliche Bringschuld hervor bei den Spielern. Aber die Bringschuld dauert an, die hat acht Wochen oder zehn Wochen an. Das muss man sich allen klar sagen. Sondern die Bringschuld ist ein kurzzeitiger Effekt. Und jetzt geht es natürlich darum, wie entwickelt sich die Mannschaft jetzt auch mit einem neuen System. Also Dieter Hecking lässt vier, drei, drei spielen. Anders als Markus Weinzierl, der es gemacht hat, wie kommen jetzt die Mannschaft Woche für Woche auch mit ihrem System besser klar, greifen die Automatismen besser. Dann, glaube ich, hat der Klub mit dem Abschließkampf nichts zu tun. Aber in den nächsten Wochen passiert er inhaltlich sehr, sehr wenig. Dann, glaube ich, muss man sich schon trotzdem darauf einstellen, dass es auf jeden Fall nur die nächsten paar Wochen am zäher und vor allen Dingen am harter und, glaube ich, am unattraktiver Kampf wird und Punkte. C ist es beim 1. FC Nürnberg seit Wochen, wenn nicht seit Monaten. Und attraktiven Fußball sehen wir, glaube ich, auch schon lange nicht mehr. Da habe ich zuletzt, ja, ich stehe da mit meiner Meinung auch meistens alleine da. Aber ich bin schon der Meinung unter Robert Klaus hat man schöne, teilweise richtig schönen Fußball gesehen. Aber gut, das ist meine Meinung, die habe ich scheinbar exklusiv. Martin in der zweiten Fußball-Bundesliga, lass uns da ein bisschen drüber reden. Deine Paderborner, die schwächeln so ein bisschen. Und wenn man jetzt so in die Tabelle schaut, lass mal ein bisschen nach oben schauen, bevor wir die zweite Bundesliga so komplett so ein bisschen diskutieren. Der HSV fängt jetzt auch schon wieder so ein bisschen an, Punkte liegen zu lassen. Ist jetzt schon wieder der Zeitpunkt da, wo der HSV dann alles verspielt? Und wie siehst du überhaupt so die Konstellation oben um den Aufstieg in die erste Fußball-Bundesliga in der zweiten Liga? Ja, ich glaube, dass es oben richtig interessant ist. Denn man sieht ja, dass diese Mannschaften, die da oben stehen, ist egal, ob man in Darmstadt, Heidenheim, HSV, St. Pauli, Düsseldorf. Das sind Mannschaften, die im Moment wirklich die Liga her spielen, wo auch wirklich Ergebnisse mit zwei, drei, vier Toren Unterschied teilweise zustande kommen. Da ist ein Spielsystem, da ist Tempo, da ist Wille. Da ist ja alles das, was beim Klub überhaupt nicht zu sehen ist. Ich meine, das muss man ja einfach, wenn man die Spiele mal ein bisschen vergleicht, ja, und wir hatten ja diesen Anspruch, dazu zu gehören. Und wenn ich dann unseren Fußball sehe, wo unsere beiden Innenverteidiger, nur weil sie am weitesten schießen können, den Ball nach vorne prügeln, dann tut es mir wirklich leid. Ich schimpfe ganz, ganz oft auf Geist, aber das war der Einzige, der in Bielefeld mal einen Pass ins Mittelfeld oder flach nach vorne spielen konnte, der angekommen ist. Und das muss ich sagen, das hat er gut gemacht und der hat das Spiel ein bisschen in den Griff bekommen. Aber das, was wir vorher hinten rausgespielt haben aus der Innenverteidigung, das war Kick and Rush aus den 90er Jahren. Das habe ich mit Jan Kotschian bei St. Pauli gespielt. Du sagst St. Pauli und St. Pauli macht heute, ja, reißt die Klappe auf, wenn ich es mal so formulieren darf und sagt, wir versuchen den HSV noch einzuholen. Draußen ist dem, draußen ist der St. Pauli zu als Ex-Paulianer. Und ich meine, dem HSV kann man es immer zutrauen, weil, wie gesagt, zum Ende der Saison, das haben Sie jetzt ja seit Jahren eindrucksvoll bewiesen, verstolpern Sie dann letztendlich den Aufstieg. Aber draußen ist der St. Pauli zu, wirklich die Punkte, also ich glaube, es sind acht oder neun, die da aufzuholen sind, dass Sie das noch schaffen? Das weiß ich nicht, ob Sie es schaffen. Das ist wirklich schwierig. Aber Sie haben natürlich auch noch das Derby gegen den HSV, was dann natürlich wirklich den Vorsprung verkleinern könnte. Der HSV hatte jetzt natürlich das Spiel gegen Kiel. Die Kieler hatten, glaube ich, bis jetzt noch gar nicht beim HSV verloren, seitdem sie zusammen ja zwei Liga spielen. Das ist ein Derby, das war ein anderes Spiel. Aber der HSV hat in den letzten Wochen eigentlich auch abgeliefert, ist nach dem 0-3 zurückgekommen. Und wenn man wirklich diese Mannschaft sieht, St. Pauli gewinnt auswärts 5-0, Düsseldorf gewinnt in Rostock. Das sind alles Ergebnisse. Heidenheim, nach 0-2 kommen die zurück, machen ein 5-2 daraus. Das ist Wille, das ist pure Kraft, das ist Entschlossenheit. Das ist alles das, was beim 1. FC Nürnberg im Moment fehlt. Und da muss ich sagen, bin ich immer noch enttäuscht über das Jahr 2023 und da nehme ich das ganze Jahr. Und da sehe ich im Moment noch nicht wirklich eine Verbesserung in der Mannschaft. Da muss noch ganz, ganz viel kommen, um nur ungefähr an die Ergebnisse heranzukommen, die man sich vor der Saison vorgestellt hat. Michi, Martin hat es angesprochen, Heidenheim, und es ist fast jede Woche bei uns ein Thema. Frank Schmidt seit vielen, vielen Jahren schwingt da das Zepter auf dem Trainingsplatz, ist da der unumstrittene Chef und liefert da Jahr für Jahr absolute Top-Arbeit ab. Aber selbst wenn mal eine Saison losgeht oder irgendwie mal so eine Schwächephase kommt, die auch Heidenheim zu überstehen hat, ist da Ruhe im Verein und da wird kontinuierlich weitergearbeitet, ähnlich wie man das auch von Freiburg als Beispiel kennt. Ist das so, das Erfolgsgeheimnis der Heidenheimer? Und ist es das, was vielleicht auch dem 1. FC Nürnberg so ein bisschen fehlt, weil man einfach mit der Erwartungshaltung in Nürnberg von Fans, von den Medien her, aber auch vom Verein selbst her, wenn eine Zielsetzung ausgegeben wird, 1 bis 6, wie es Dieter Hecking vor der Saison gemacht hat, setzt man sich dazu schnell unter Druck und lässt sich dazu schnell dann eben auch von schlechten Ergebnissen beeinflussen und schmeißt dann wieder alles über den Haufen, wie es beim 1. FC Nürnberg ja dann eben auch mit Weinzierl war. Und die Frage, ich weiß, ich quatsche wieder zu viel, das kann ich dann wieder in den Kommentaren lesen, aber weil es mich tatsächlich beschäftigt, müsste der Klub so ein bisschen länger an dem Trainer oder an dem Konzept, was man vor der Saison hat, festhalten und dann eben auch in Phasen, wo es dann nicht läuft, an dem Konzept und an dem Trainer festhalten? Wie siehst du das? Ja, das ist natürlich schon eine sehr komplexe Frage. Ich glaube, dass grundsätzlich jetzt, wenn man Heidenheim als ein gewähltes Beispiel mal nimmt, ich glaube, dass Heidenheim nicht unbedingt sich einzig und allein an der Tabelle abbildet im Innenleben. Ich glaube, dass Heidenheim sich abbildet, welche Spieler schaffen bei uns den nächsten Schritt, welche Spiele entwickeln sich bei uns, wie können wir eine Mannschaft einbauen, aufbauen und dann auch wieder verändern, Jahr für Jahr. Ja, und dann glaube ich, wenn du mehr Parameter hast, das ist gut in der Hauptwelt. Am Ende, ja, ein Zwischenstrich, wenn du mal ziehst, ein Fazit, wenn du ziehst, da unter der Saison leichter, als wenn du nur hingehst, dann sagst du, wir haben jetzt in den letzten vier Spielen verloren oder von den letzten vier Spielen nur zwei Punkte geholt. Sondern ich glaube, dass in Heidenheim kontinuierliche Arbeit auch darüber bewertet wird, wie entwickeln sich die Spieler, wie entwickeln sich der Kader. Und wenn man da hinschaut, dann müssen andere Personen, die machen einen sehr unaufgeregten Job, aber deswegen auch, weil sie in ihren Schwächephasen natürlich schon das grundsätzliche große Ganze sehen. Und das ist einfach, wo können unsere Spiele hinkommen. Und wenn du uns Kleindienst anschaust, zum Beispiel die Liga, Fostum und Deppert schießt, auf gut bayerisch, das ist eine Entwicklung des Spielers, das die Verantwortlichen sicherlich gesehen haben. Und die haben jedes Jahr Stürme abgegeben, Superstürme abgegeben. Und trotzdem schaffen die das wieder, neue Spieler die Zeit zu geben. Und das ist natürlich das Problem jetzt bei anderen Vereinen. Ich will jetzt nicht unbedingt so bei größeren Vereinen, weil das mit Heidenheim, glaube ich, nicht unbedingt gerecht werden. Heidenheim ist ein etablierter Zweitligist. Das hat sich vor Jahren wahrscheinlich keiner so recht vorgestellt, dass Heidenheim mal eine feste Größe in der zweiten Liga ist, mit Tendenz zur ersten Bundesliga. Und die Leute, das ist ein kleiner Zirkel, wenn ich die verantworten, ich glaube, das ist auch ein Erfolgsgeheimnis, wenn du nach Freiburg gehst, wenn du nach Heidenheim gehst, da sind nur ganz, ganz wenige Leute mit den ganzen Themen beschäftigt, entscheiden kurze Wege. Und am Ende wirst du immer bei denen feststellen, da passt zwischen den Verantwortlichen kein Blatt Papier rein. Und das, glaube ich, ist immer bei großen Vereinen oder bei anderen Vereinen das große Problem. Viele Leute, jeder gibt anderen Gehör, jeder andere lässt sich auch treiben von Social Media, von Kommentaren. Die fühlen sich dann auch persönlich aufgerufen, müssen jetzt dann irgendwo was zu machen. Und dann aus diesen Aktionismen heraus entscheiden, werden da meistens Dinge vorangetrieben, die für den Verein selber, glaube ich, nicht unbedingt das Beste sind. Und Heidenheim ist beeindruckend. Muss ich wirklich sagen, ich habe es im Sommer gesehen, in der eines ihrer letzten Vorbereitungsspur gegen den Ammoderisten in Österreich in Dreslau. Ich hätte nicht ansatzweise gedacht, dass die Mannschaft so, wie sie da aufgetreten ist, dass die in der zweiten Liga konstant oben mitspüren wird. Aber da sieht man auch, was Entwicklung in der Saison ist, was auch Martin vorher angesprochen hat, was Entwicklung in der Saison, was das auch nicht machbar ist. Wenn du Woche für Woche kontinuierlich mit deinen Spielern, an deiner Spielidee, an deiner Art und Weise, wie du auftrittst, an deiner ganzen Qualität an, wenn du arbeitest, dann kommst du einfach Schritt für Schritt voran. Im Prinzip war Heidenheim eindrucksvoll. Die Juck der 0 zu 2 gegen Kreuzel zu Hause gar nichts. Und die gewinnen, die spielen noch gefühlt locker mit 5 zu 2. Und Samt Darmstadt natürlich auch, neben Darmstadt, eine der konstantesten Mannschaften in der Liga, über die komplette Saison betrachtet. Das wird auf jeden Fall spannend sein. Das macht das Schöne in der zweiten Liga aus. Wer wird am Ende die Plätze 1 zu 2 belegen? Wer muss in die Delegation? Schafft das Düsseldorf am Ende nach der Länderspielpause im eigenen Stadion? Da sind sie eine Macht, den HSV zu schlagen. Dann sind die vier Punkte am HSV dran. Also da sind in den nächsten Wochen so viele tolle Dinge am Ende zu beobachten. Und man wird sehen, wo die Reise hingeht. Aber eins ist auch klar, Kontinuität, Stabilität sind Faktoren im Fußball, die man auf der einen Seite nicht übertreiben darf. Weil wenn es nicht passt, dann passt es nicht mehr. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, einen Plan zu haben, mehrere Parameter festzulegen für Erfolg. Sei es auch Transferlöse, sei es junge Spieler zu entwickeln, eine Identität aufzubauen, eine Identifikation aufzubauen. Wenn man, glaube ich, sich mehrere solcher Themen verschreibt und die dann am Ende ja grundsätzlich beobachtet und an den Themen feilt, dann, glaube ich, ist man davon gelöst. Dann haben wir gesagt, jetzt haben wir da mal vier Spiele nicht unbedingt super performt, die Punkte nicht geholt. Aber wenn alle anderen Parameter passen, dann kommt der Erfolg automatisch wieder. Und das siehst du, wenn man hat den Gott Düsseldorf ansprach, die vor drei Wochen oder vor vier Wochen in Fürth gesehen, live im Stadion, haben die, sagen wir mal, ein kleines Gefühl verloren. So ein Auswärtsbild gezeigt, da können von nicht dabei sein. Aber schaffen die es jetzt auf einmal, in den letzten paar Wochen dieses Auswärtsbild wegzubringen und auch Auswärtsbild zu Hause aufzutreten, führen ganz, ganz schnell 2-0 in Rostock. Da musst du erst einmal schnell 2-0 führen und dann legen noch ein 3-0 vor der Halbzeit noch. Da sind jetzt auf dem Weg anscheinend, ihre Auswärtsmensualität zu verändern. Da werden die sicherlich noch ein heißer Kandidat sein, der am Ende zumindest versucht, an die vorderen drei Mannschaften heranzukommen, ob sie es schaffen. Der Punkteabstand ist schon relativ groß, aber im Fußball gibt es viele Dinge, sowohl nach oben als auch nach unten, die am Ende immer möglich sind. Martin, die zweite Fußball-Bundesliga, da spielen mittlerweile Vereine, die vor ein paar Jahren eigentlich undenkbar gewesen wäre, dass die in der zweiten Liga herumtümpeln, wie der HSV eben auch seit vielen, vielen Jahren. Ich will jetzt gar nicht über den Klub sprechen, Schalke 04 letztes Jahr. Und wenn man jetzt so in die erste Fußball-Bundesliga schaut, Stuttgart als Tabellenletzter, vielleicht dann auch in der kommenden Saison willkommen in der zweiten Fußball-Bundesliga. Und dann siehst du in der ersten Liga Vereine, wo eigentlich, wenn überhaupt, Zweitligisten, ganz klare Zweitligisten waren. Und wie man ja auch gerade, wie Michi gerade eben auch gesagt hat, mit Heidenheim der nächste Anwärter, der auf lang oder kurz mit Sicherheit dann nach oben stoßen wird. Und dann vielleicht, wer weiß, auch sich etablieren kann in der Liga. Was ist da genau passiert? Und scheinbar hat ja das alles nicht immer nur was mit Geld und Kohle zu tun. Ja, ich denke, man kann jetzt die letzten 20 Jahre zurückgehen. Viele Traditionsmannschaften sind auch in der dritten Liga gelandet. Tradition alleine berechtigt, nicht in der ersten Liga zu spielen oder in der zweiten Liga zu spielen. Es ist natürlich ein kontinuierliches Arbeiten der Köpfe des Vereins. Man muss trotz alledem Geld ranschaffen. Man kann nicht nur in Nostalgie leben oder so wie wir in Nürnberg von unseren alten neuen deutschen Meistertiteln plus den zehnten, die die Ü40 geholt hat. Den darf man natürlich nicht vergessen. Das ist ein ganz wichtiger Titel. Das war der zehnte deutsche Meistertitel für Nürnberg. Nein, man darf nicht in dieser Nostalgie schweben. Wir müssen trotz alledem wirtschaftlich stark sein. Wir müssen Geld verdienen. Wir müssen gut handeln. Wir müssen ein gutes Scouting haben. Und man muss ja sehen, wir haben uns vor 10, 15 Jahren mit Vereinen gemessen wie Freiburg, Augsburg, solche Vereine. Die haben uns um Längen überholt. Die sind uns weit voraus jetzt. Die sind uns finanziell voraus. Die sind uns sportlich voraus. Wir haben ja sogar, die Fürther sind fast, sagen wir mindestens gleich weit wie wir. Das muss man alles sehen. Wirtschaftlich, sportlich. Wir werden von vielen einfach überrannt. Woran das liegt, kann ich jetzt auch nicht sagen. Dafür bin ich nicht im Management oder irgendwo tätig gewesen, dass ich mir da ein Urteil erlauben kann, was da vielleicht falsch gelaufen ist. Aber eins ist klar. Der 1. FC Nürnberg verliert einfach von Jahr zu Jahr den Anschluss an viele, viele Vereine, mit denen wir uns früher gemessen haben oder vor denen wir gestanden haben. Und dieses Jahr ist es ja genauso. Wir sind nicht im Abstiegskampf, nicht weil wir so viele Punkte holen, sondern weil es drei, vier Mannschaften gibt, die noch viel weniger Punkte holen. Man sagt immer, man braucht 40 Punkte, um nicht abzusteigen. Und jetzt ist unser Ziel, 40 Punkte zu holen. Ich bin gespannt, ob wir 40 Punkte holen. Oder ob wir dann sagen, oh, wir haben keine 40 Punkte geholt. Eigentlich müssten wir auch absteigen. Und das kann doch nicht das Ziel des 1. FC Nürnberg sein. Wir müssen doch einfach jetzt mal nach dieser Saison zurückschrauben, sagen, wo können unsere Ziele liegen. Vielleicht auch die Ziele mal ein, zwei, drei Jahre zurückschrauben, sagen, okay, wir bauen etwas auf, sind auch mal mit Platz 10 oder 8 oder 12 zufrieden. Und dann schauen wir mal, ob wir was aufbauen können. Aber immer dieses, ja, wir spielen unter den ersten Sechs, wir spielen unter den ersten Sechs, um 5000 Dauerkarten mehr zu verkaufen. Das kann es nicht sein. Den Fan oder die Außenstehenden zu belügen. Man weiß eigentlich, dass man mit dem Kader das nicht holen kann. Dann kauft man nach, kauft nach, bis man wieder den größten Kader Deutschlands hat mit 35 Spielern. Das ist für mich nicht gut wirtschaften, nicht gut handeln, nicht gut scouten. Da fehlt es im Moment an allem. Und wir sind genau wieder an so einem Punkt. Aber da waren wir schon mal vor 10 Jahren, vor 15 Jahren und vor 25 Jahren. Da war ich noch aktiv und ich habe das auch beim Club mitbekommen. Und leider verfallen wir immer in das alte, träge und überschätzte Leben des Clubs zurück. Michi, Fußballrentner im Moment. Du beobachtest die erste und zweite Fußball-Bundesliga. Das hast du auch gemacht, wie du Trainer beim Klub und bei 60 warst. Ich glaube, dir entgeht kein Fußballspiel. Und du hast viele, viele Fans in Nürnberg nach wie vor und immer wieder, wenn es beim Klub grieselt, wie es dann zuletzt jetzt mit Markus Weinzierl war, fällt immer wieder dein Name. Und es gibt dann doch sehr, sehr viele Klubberer, die sich Michael Kölner als Trainer des ersten FC Nürnberg oder eine Rückkehr zum ersten FC Nürnberg wünschen. Ich frage mal ganz, ganz frech, könntest du dir so etwas irgendwann mal wieder vorstellen beim Klub, das Zepter auf dem Trainingsplatz zu übernehmen? Ja, natürlich. Also ich glaube, dass man, also Martin hat das gerade richtig umrissen. Es ist ein Verein mit einer riesen Streukraft. Das ist ja das, was am Ende für mich natürlich schon eine tolle Station war. Das kann man sich natürlich vorstellen, wenn es nach meiner Frau geht. Die hat Nürnberg ins Herz geschlossen, dann würde man jetzt schon zu Fuß hinlaufen und ich würde schauen, dass ich meine Frau einholen kann, weil die im Sprint vorweg geht. Also von dem her ist das klar. Also Nürnberg ist immer, ja, für mich ein interessanter Verein und es bleibt natürlich immer die Station. Ich habe die Woche jetzt mit Andre Petrak einmal Kontakt gehabt, der hat Geburtstag gehabt, dann haben wir uns, ja, der hat die Zeit auch nicht vergessen. Es war für ihn die schönste Zeit, bei Nürnberg zu spielen. So geht es viel an, die wohnen dort und tätig sind, weil nicht bloß der Verein toll ist, Fans toll sind, die Stadt ist angenehm und man lebt dort einfach richtig gut und da gibt es jetzt nicht mehr so viele Plätze in Deutschland, aber das Leben auf einem absoluten Topniveau stattfindet. In Nürnberg passiert das auf jeden Fall noch und von dem her ist es immer eine tolle Adresse und ja, mal schauen, was die Zukunft bringt. Ich weiß es ja nicht. Das ist ja das Schöne in meinem Leben. Trotzdem, für die einen ist es unruhig, für die anderen so spannend. Was passiert als Nächstes? Ich weiß es nicht. Wir wissen von dem her, schauen wir mal, was passiert. Dann ist es auch interessant, mal andere Vereine zu beobachten. Ich hatte das vor Jahren, sprich war eine Woche in Augsburg gegen Schalke im Stadion. Wenn du dann Augsburg siehst, die vor vielen Jahren, glaube ich, weit hinter Nürnberg 60 eingruppiert waren, die sich entwickelt haben über Stabilität im Management. Keine Frage, über viele Jahre WM hat ihnen sicherlich einen großen Vorteil gebracht mit dem Stadion. Aber das ist natürlich eine andere Veranstaltung mittlerweile geworden. Wenn du Bundesliga-Fußball bei Augsburg anschaust, wo es dazugeht, ausverkauft das Haus gegen Schalke, das war beeindruckend, wenn du so etwas siehst, damit sich Vereine entwickeln können. Deswegen ist das Schöne im Fußball, es geht nach oben, es geht auch nach unten und wir hoffen natürlich, dass es für den Klub in der nahen Zukunft wieder richtig nach oben geht. Du warst zuletzt Trainer bei 1860 München, auch ein Traditionsverein und auch verrückte Fans. Welche Parallelen hast du da erlebt im Vergleich zum 1. FC Nürnberg? Ja, es ist ähnlich. Viele Sachen sind ähnlich. Die Felskürsten nach Erfolg sehnen sich natürlich wieder zurück in den Ligen, was immer waren. Aber das hat Martin vorher auch schon richtig gesagt, nur die Tradition am Ende lässt mir zu, dass du dich jetzt in der Bundesliga in den Wildcup bekommst, nur weil du mal vorher der Klub mittlerweile zehnmal Deutscher Meister, vorher neunmal Deutscher Meister warst, sondern dass am Ende deine sportliche Leistung, deine sportliche Leistungsfähigkeit am Ende und auch die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Vereins am Ende darüber entscheidet, wo du am Ende Fußballstelle bist. Das erinnern sich die Fans dann auch und das ist natürlich dann am Ende mit der großen Wartungshaltung verbunden. Aber es sind beides beeindruckende Vereine mit der riesen Power und am Ende ist das Arbeiten dort meistens schön. Es gibt aber auch Tage, die sind nicht unbedingt so schön, aber ich kann für mich jetzt sagen, ich habe jetzt in den beiden Vereinen eigentlich durchwegs richtig eine tolle Zeit erlebt und die immer am Ende und das ist ja auch das für den Trainer so. Am Ende zehrt man dann von den Erlebnissen, von denen, was man vielleicht hinterlassen hat. Von dem her, wie gesagt, will man sich immer gerne an diese Zeit erinnern und hoffe natürlich, dass man mit der nächsten Station wieder was Gutes wieder auf den Weg bringt. Nächste Station könnte ja vielleicht mal in Österreich sein oder Ausburg angesprochen, Regensburg, eigentlich alles Vereine, die so ein bisschen, ja, von meinem Gefühl her zu dir passen, Ingolstadt natürlich auch, also ein bisschen bayerische Vereine, aber lass uns noch mal ganz kurz zurückkommen zu 60 und zum Club, wenn ich dich das fragen darf, einfach mal so, um nicht auf den Club allein einzugehen, sondern bei diesen Traditionsvereinen, die ja ohne Frage, nicht wegen der Tradition, sondern einfach auch von der Strahlung her und von den Fans her und all dem Potenzial, was da dahinter steckt, was muss passieren, dass diese zwei großen Traditionsvereine irgendwann wieder, ja, der Club spielt ja in der zweiten Liga und 60 noch in der dritten, aber irgendwann vielleicht mal wieder auch in der ersten Fußball-Bundesliga für Vorrohre sorgen können. Das kann man nicht vergleichen, das sind beide Vereine völlig, in dem Punkt sind sie völlig unterschiedlich. 60 diskutieren auch, bevor wir in welchem Stadion sollen wir in der zweiten Bundesliga spielen. Es gibt aktuell kein Stadion in der zweiten Bundesliga, das zugelassen ist bei der DFL. Das zweite ist, 60 München ist ein ausgegliederter Verein mit dem arabischen Investor. Da ist 50 plus 1 natürlich dann Fluch und Segen für den Verein, weil die Entscheidungen dann am Ende ja vielleicht nicht so vonstatten gehen können, als es in einem anderen Verein ist. Nürnberg, der Club ist ganz anders wieder mit einem großen Stadion, das sicherlich aber den einen oder anderen Roste nicht gefällt, mit Sazanbahn vielleicht in der ganzen Vermarktung des Stadions, wie man sich vielleicht mehr ein Fußballstadion wünschen. Dazu kommt natürlich eine Struktur mit Aufsichtsräten, die natürlich von Mitgliederversammlung gewollt werden müssen. Es ist immer die Frage, das stellen sich glaube ich viele Vereine und das stellen sich auch bei der DFB, ist sowas am Ende in dieser Welt, wo viel Kohle bewegt wird, Profifußball, was sich enorm entwickelt hat, was medial betrifft, was Marketing betrifft, was Finanzströme, Geldströme betrifft, ist es noch zeitgemäß damit ehrenamtlichen Entscheidungen, Entscheidungen zu arbeiten, zu leben. Das ist eine Herausforderung, die jeder Verein für sich selber beantworten muss. Und ich glaube, dass am Ende manche Vereine in den letzten Jahren es geschafft haben, gute Entscheidungen zu treffen. Das sieht man jetzt in Freiburg mit dem neuen Stadion, gehen nach Gladbach, die ja vor ein paar Jahren von der Zerreißwobe gestanden haben. Am Ende trennen wir uns von dem Bökelberg. Dann gab es zwei Fraktionen, die in unterschiedliche Richtungen gezogen haben. Und am Ende haben sich für irgendwas entschieden. Man ist kontinuierlich dann dran geblieben und am Ende war der Verein mit in der Champions League. Also es geht in alle Richtungen schnell und wer sich erinnern kann, unter Favre waren die schon mit vier Beinen in der zweiten Liga damals gestanden. Es geht in alle Richtungen schnell, Fußball ist da, da sind die Türen offen, aber auf der anderen Seite musst du aber, glaube ich, und das ist wichtig, die richtigen Hand an Personen haben, man muss richtige Entscheidungen treffen. Und deswegen, glaube ich, tut man sich immer schwer oder sollte man dann auf jeden Fall nicht tun, dass man die Vereine vergleicht und sagt, ja, bei dem einen Verein ging es so, dann muss er bei dem anderen Verein auch so funktionieren, sondern jeder Verein ist individuell und jeder hat seine speziellen Herausforderungen, die er sich stellen muss. Ich glaube, Nürnberg, der Klub stellt sich der Situation immer wieder mal, aber Martin hat gesagt, man hat schon das Gefühl, man kommt immer wieder auf den gleichen Punkt wieder zurück und sagt, den hat man doch eigentlich schon mal erlebt und wird das einmal, sondern mehrmals und immer wieder ist man wieder an diesem Punkt angekommen. Ich glaube, ich hoffe natürlich, dass es irgendwann mal gelingt, über diesen Punkt hinaus zu kommen, wieder im Kreisverkehr so gefüllt, wieder an der dritten Abfahrt zu stehen und sagen, wo fahren wir jetzt hin, fahren wir nochmal in den Kreisen und die Runde weiter und das ist, glaube ich, die ganz große Herausforderung in dieser großen Gemengenlage des Fußballs und da meinen ja alle Vereine, dass man dann den Überblick behält, strategisch denkt und für sich einen Plan hat über einige Jahre, also für viele ist es glaube ich schwierig, aber über einige Jahre, also das ist unser Ziel in den nächsten Jahren, in drei Jahren, in fünf Jahren und wenn man dann vorangeht mit der guten Kaderplanung, mit einer werthaltigen Kaderstruktur, dann glaube ich, geht es im Fußball ganz, ganz toll und denkt zurück, also ich bin jetzt zumindest 100 Jahre alt, ich bin jetzt vor vier Jahren vom Club weg und es sind viele Trainer gekommen, aber schaut, was man mal zurückgeht, Union Berlin war damals hinter uns, die haben auch damals das Ziel gehabt, aufzusteigen, wir sind vor denen aufgestiegen und vielleicht die bessere Mannschaft damals schon gehabt, aber jetzt schauen wir hin, wo die jetzt in den Bundesliga steht, in drei Jahren später, also im gleichen Stadion noch, aber mit einem unheimlich schlauen, nachhinein schlauen, weil es im Vorfeld war, wie ich das auch nicht so erwartet, mit einem Kader den Zoo zu planen und am Ende stehen die vorne dabei und schauen Eintracht Frankfurt an, die sind damals in der Redigation gegen uns glücklich oder gegen den Club glücklich drinnen geblieben, in der Bundesliga sind drei Jahre später oder fünf Jahre später Euroleague-Sieger, also du siehst, es gibt vieles, es ist vieles möglich im Fußball, aber man muss da trotzdem konstant und kontinuierlich dranbleiben, man muss einen Plan haben und den Plan aber dann auch mit aller Akribie und mit aller Ordentlichkeit am Ende einfach um. Aber dass wir ja genau beim Punkt Kontinuität und an dem Plan festhalten, also das gibt es beim 1. FC Nürnberg ist da glaube ich ein Fremdwort, also ich wüsste nicht, wann ich das zuletzt mal beim Club festgestellt habe. Martin, der Club letztendlich ein Traditionsverein und du hast das vorhin gesagt, von der Tradition kannst du dir nichts mehr kaufen. Siehst du den 1. FC Nürnberg auf lang oder kurz wieder in der 1. Fußball-Bundesliga oder ist das einfach Wunschdenken, weil wir das, was wir ja heute auch ausgiebig jetzt diskutiert haben, die anderen Vereine wie Heidenheim und wie sie alle heißen, den Club einfach mittlerweile um Längen eingeholt haben und eigentlich das mehr Wunschdenken ist und vielleicht muss man sich auch damit langsam abfinden und man sagt, okay, sei froh, wenn in der 2. Fußball-Bundesliga, die ja auch eine gute Liga ist und ja scheinbar auch immer stärker wird, weil es immer mehr große Vereine runterrasselt, dass du in der Liga vielleicht ein fester Bestandteil bist und musst dich damit zufrieden geben. Das weiß ich nicht. Wie gesagt, es kann alles ganz schnell gehen. Man braucht nur einmal die richtige Planung, den richtigen Kader, den richtigen Trainer dazu. Dann kann das alles ganz schnell gehen. Aber entscheidend ist doch, dass wir nach dieser Saison wieder feststellen müssen, Ziele nicht erreicht, Kader viel zu groß, viel zu viel Geld ausgegeben. Also müssen wir wieder jeden Stein umdrehen, gucken, was machen wir besser. Jetzt müssen wir aus 35 Spielern, die wir ja im Moment im Kader haben, müssen wir schauen, dass wir die Leihspieler, die werden vielleicht gehen, ein paar Jugendspieler, die es nicht geschafft haben, werden vielleicht abgegeben, in die 3. Liga ausgeliehen, wie auch immer. Aber wir müssten ja eigentlich, um einen wirklich richtig neuen, komplett strukturierenden Kader aufzubauen, der dann sagt, pass auf, wir machen einen Neustart, müssten ja 20 Spieler gehen und dann kann man 10 wiederholen und mit 25 weitermachen. Das ist eine Mammutaufgabe und ich weiß nicht, wer die im Moment übernehmen soll, wenn man sagt, die Kaderplanung die letzten drei Jahre war nicht so, wie man sich vorgestellt hat. Dann weiß ich nicht, wer das im Moment machen soll. Ja, da hat er völlig recht. Also ich glaube, das ist die entscheidende Frage, sein wird in der nächsten Zeit, mit welchem Kader gehst du dann in die neue Saison, sofern du die Saison, jetzt musst du erst einmal schauen, dass du die Saison noch gut überstehst. So aus allen Sorgen bist du nicht ledig und das ist immer die Schwierigkeit, ich habe das ja damals auch erlebt, wie ich damals übernommen habe, die Schwierigkeit bis in der Saison, du musst aufpassen, dass vielleicht hinten reinrutscht. Da haben wir damals zum Glück die Spiele gegen Bielefeld, Karlsruhe zu Hause, die alle mit uns direkt mehr oder weniger hinter uns waren, die konnten wir zum Glück alle gewinnen und haben dann am Ende das Polster gehalten. sind aber am Schluss dann trotzdem nochmal abgerutscht und das meine, mit den Spielern interessiert das dann nicht unbedingt. Wenn sie vaut, aber alle und dann rutscht die letzten Spiele nochmal ab und trotzdem musst du dich schaffen, parallel am Ende an der Struktur für die nächste Saison zu arbeiten und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung mit guten Dieners am Ende dann auch ein paar Spiele abzugeben und ein paar Spiele zu holen. Viel verändern kannst du in einem Transferfenster eh nicht, weil auf der einen Seite das Geld fehlt, auf der anderen Seite die Vertragssituation an der Regler wird so offen sein, dass du sagst, es laufen 15 Verträge aus und jetzt können wir 15 Spiele holen und 15 wegschicken. Und das ist natürlich dann wirklich eine super Aufgabe, am Ende dann an den entscheidenden Baustellen in der Mannschaft da ranzugehen und die am Ende dann auch so nach vorne zu bringen, was am Ende die Mannschaft dann gefühlt ein anderes Gesicht zeigt. Und das, wenn du schaffst, dann bist du gleich wieder vorne dabei, aber Martin hat völlig recht, das ist natürlich eine der schwierigsten Aufgaben, Kaderplanung im Detail hinzubekommen, vor allen Dingen, wenn du nicht die Möglichkeiten hast, zu sagen, ja gut, da kommt jetzt hier einer, der gibt ja 15 Millionen und da kannst du es da mal rund vorwirken, sondern am Ende ist ja eher beim Klub da immer wieder kommst du in die Phase rein, was dann heißt, wir müssen den Kürzel ein bisschen enger schnallen, das geht momentan nicht so viel, es wird weniger und wir haben uns eh schon in den letzten ein, zwei Jahren mehr Geld verbraucht, als wir eigentlich eingenommen haben, also musst du dann ein Stück weit noch erfinderischer sein und mehr dann andere Wege gehen und das wird darauf ankommen, aber ist alles machbar und ich bin mir schon sicher, das ist am Ende auch eine Mannschaft gekommen. Die erste Bundesliga, da haben wir zwei Vereine jetzt ganz unten, zwei große Vereine vom Namen her, Schalke und Stuttgart, also sollten die wieder, Schalke wieder und sollte Stuttgart runterkommen, wird die kommende zweite Liga mit Sicherheit nicht einfacher, beim HSV, wie gesagt, müssen wir auch erst mal abwarten, ob der HSV wieder hoch geht, also da hast du dann ja, wenn es ganz, ganz blöd läuft, schon wieder drei richtige Klopper in der Liga. Welche Vereine, Michi, siehst du zum Ende der Saison, also, oder welche, wie wird die erste Liga abschließen, welche Vereine kommen runter und welche Vereine gehen deiner Meinung nach hoch? Ist es noch ein bisschen früh, mich würde es trotzdem interessieren. Ja, es ist ein bisschen früh, weil es, ich habe jetzt Schalke gesehen am Wochenende, ich war vor zwei Wochen Stuttgart gegen Bayern gesehen im Stadion, ich glaube schon, dass viele Mannschaften am Ende ihre Themen haben, aber man muss es trotzdem sehen, Schalke ist seit der Winterpause defensiv enorm stabil, das war jetzt gegen Augsburg jetzt nicht unbedingt ein ansehliches Spiel für einen, der neutral Fußball zuschaut, aber es war am Ende so, Schalke hat man das Gefühl, der Wissen und die Bedeutung der Saison, der Wissen und die Bedeutung auch für den Verein, weil ich glaube, ein Abstieg für Schalke wäre fast ein K.O. Schlag wieder für den Verein, weil sie natürlich auch finanzielle Themen mit sich rumtragen. Stuttgart ist genau gegensätzlich, Gewinnen kaum ein Spiel und sind extrem harmlos in einer gewissen Art und Weise, von dem ich glaube, ist es dann schon schwieriger, wie soll sich jetzt diese Harmlosigkeit ändern nach der Länderspielpause, vor allem so wie Schuckert, wenn du 11-12 Nationalspieler hast, die dann am Ende in der zwei Wochen weg sind, kommen dann wieder, dann sind sicherlich auch so Themen, die du nicht haben willst, ein Trainer stellt den Spieler nicht auf, der wird aber dann auf der anderen Seite die Nationalspieler, also das bringt ja unheimliche Unruhe in diesen Verein rein, wie kann es das sein, dass der DFB einen Spieler nominiert, der bei uns jetzt in der Länderspielpause, in der zweiten Mannschaft, in der Regionalligaspiel nicht soll, also da muss ich mal diese extremen Pole vorstellen und das wird natürlich schwer und auf der anderen Seite natürlich hat Stuttgart noch eine Aufgabe, den DFB-Vokal zu erfüllen, das ist für den Verein enorm wichtig, in Nürnberg zu gewinnen, damit die zumindest über den Wettbewerb, über den Pokalwettbewerb, über das Halbfinale dann, was zu erreichen gilt, am Ende Jahr Stuttgart schaut, dass sie zumindest positiv auf einen anderen Wettbewerb im Endeffekt die Saison abschließen kann und ich bin gespannt, was Köln macht, es gibt in der 18er Liga, also nicht in der 20er Liga, die dritte Liga ist in der 20er Liga, in der 18er Liga habe ich in den letzten Jahren immer festgestellt, der rutscht am Schluss eine Mannschaft rein, der hat im März noch nicht gewusst, oder im Februar, das Abschießkampf auch gibt, dass man vielleicht noch absteigen kann und das heißt in der 2. Liga mit Hannover von 10 Spielen 8 verloren in dem Jahr, Köln ähnlich und wenn da die nächsten 1-2 Spiele der Trend so weitergeht, dann bist du auf einmal mittendrin, dann dreht sich das Topfkino 3 Punkte weg, 4 Punkte weg vom Relegationsplatz und schaue nur an den Klub zurück, damals gegen Ingolstadt in der Relegation, da hat sich auch keiner ausgerechnet, Wochen vorher oder Monate vorher mit dem Thema eine direkte Berührung und am Schluss geht es in der Relegation bis zur allerletzten Sekunde, wirklich bis zur allerletzten Sekunde, dass du den Abschluss in der 3. Liga erleben musst und von dem her, wie gesagt, wird das schon spannend werden, aber Schalke glaube ich schon, dass sie sich hinten rausboxen, es wird sicherlich jetzt auch, Hoffenheim habe ich auch in Augsburg gesehen vor ein paar Wochen, da wird sich mal zu beobachten sein, packt jetzt Hoffenheim mit dem Sieg gegen Hertha am Ende so die Trendwende, was macht Hertha in den nächsten Wochen, wie stabil ist am Ende auch das neue Konstrukt mit dem Investor, wird da die Trainerfrage neu gesteuert, und und und, also es ist selber, es gibt eigentlich bei jedem Verein gefüllt 1000 Fragen und am Ende die Antworten weiß niemand, die wissen aber dann irgendwann nochmal im Mai, aber es wird auf jeden Fall in der Bundesliga sehr, sehr spannend, sowohl oben als auch dann die internationalen Plätze und es gibt dann ein paar Vereine, die im Niemandsland jetzt verschwunden sind und dann gibt es sicherlich jetzt ab Köln abwärts die Mannschaften, die noch im Abschiedskampf stecken oder die vielleicht noch reinkommen können und auf jeden Fall spannend, weil es glaube ich in den letzten Jahren war die Bundesliga gefüllt nicht so spannend, also auch vorne, also in den letzten Jahren jetzt schon eigentlich schon nicht mehr entschieden, Bayern war Meister und die anderen haben dann Platz 2, 3, 4 ausgespielt und jetzt scheint es mal ein bisschen spannender zu werden und ich habe toll, weil Schalke hätte in der Winterpause auch kein Mensch mehr im Pfiff verliegen auf dem Verein gegeben, das muss man ehrlich sagen, und trotzdem vier werden gespielt, anschließend Stuttgart geschlagen, in Bochum gewonnen und auf einmal bist du wieder voll im Rennen dabei und dann hast du einen Punkt in Augsburg, ob jetzt glücklich oder nicht, auf jeden Fall kommst du mit einem Punkt nach Hause, am Ende hast du noch mal ein paar direkte zu Hause, dann musst du dann am Ende da deine Punkte holen und zurück hast du dann 35 Punkte beieinander und dann wirst du wahrscheinlich dann auf jeden Fall reichen, dass du die Liga hältst und das wird schon noch auf jeden Fall noch mal richtig spannend werden. Martin, wer geht hoch aus der zweiten Fußball Bundesliga deiner Meinung nach, auch wenn es ein bisschen verfrüht ist, aber das sagt dein Gefühl, ist der HSV diesmal dabei, schafft St. Pauli, Darmstadt als Tabellenführer, scheint ja gesetzt zu sein. Ja, gehen wir mal davon aus, dass Darmstadt hochgeht, aber ich würde da noch mal auch eine Chance für den Klub sehen, um das noch mal zu vervollständigen, wenn jetzt Darmstadt, Heidenheim und sagen wir mal St. Pauli noch aufsteigen würde, ja, und es kommt Hertha, Schalke und Stuttgart runter, wisst ihr überhaupt, was das dann für eine zweite Liga wird nächstes Jahr? Dann kann man mal sagen, okay, wir haben mal mit dem Aufstieg nichts zu tun, weil die drei Großen von oben kommen, dann haben wir den HSV, dann haben wir Düsseldorf, dann können wir uns auch mal hinten anstellen und sagen, wir geben mal nicht so viel Geld aus, machen einen starken, jungen Kader zusammen, den wir entwickeln wollen über ein, zwei Jahre, denn mit dem Aufstieg werden wir dann, wenn diese drei Mannschaften runterkommen und der HSV nicht hochkommen, nächstes Jahr auch nichts zu tun haben und da können wir dann eine Mannschaft zusammenstellen, wie wir wollen, weil dann kommt von oben so viel Geld runter, ja, aus der ersten Liga, dass die uns einfach überrennen werden, wenn wir nicht vernünftig arbeiten und deswegen sage ich, mir wäre es recht, Darmstadt, Heidenheim und der HSV steigen von mir aus auf, aber man muss damit rechnen, dass drei Schwergewichte wieder runterkommen, denn es ist viel Tradition und Schwergewichte wirklich am Ende der ersten Liga, die dann mit ganz, ganz viel Geld etwas zusammenstellen können, was auf jeden Fall wieder um die ersten drei Plätze spielt. Eine tolle Runde auf jeden Fall, ich danke euch ganz, ganz herzlich für eure Expertise, hat echt sehr, sehr viel Spaß gemacht, wir gehen schon bald wieder auf eine Stunde, also ein bisschen länger, aber der Klub gibt das her und Michi, dir ganz, ganz lieben Dank, dass du die Zeit gefunden hast und auch so ein bisschen mit uns über den ersten FC Nürnberg, auch über deinen ersten FC Nürnberg, den du im Herzen trägst, gequatscht hast. Ich drücke dir ganz, ganz fest die Daumen, dass bald ein Verein anklopft, gibt dir Anfragen und das würde ich dann bald wieder in der ersten oder zweiten Fußball-Bundesliga, in der ersten würde ich mich natürlich sehr, sehr für dich freuen, aber vielleicht in der zweiten Liga dann gegen den Klub wieder sehen werden und Martin, dir auch ganz, ganz lieben Dank und euch, ja, eine tolle Woche und dem ersten FC Nürnberg weiterhin einen Wind in den Segeln, dass es weiter aufwärts geht, dass wir mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben und dann hoffentlich, so wie wir es uns alle wünschen, eine bessere Zeit und eine bessere Saison dann in der kommenden Saison auf den Klub zukommt. Vielen, vielen Dank, macht's gut, bis dahin, Servus, Ciao, Bye, Bye. Servus, Ciao. Servus, bis zum nächsten Mal.